Ein richtiger Winter mit Schnee, Kälte über Wochen, Dauerfrost, wäre das nicht mal wieder schön. Also zumindest mal für eine Woche oder für zwei. Aber selbst das haben wir in Deutschland aktuell nicht und hatten die letzten Jahre leider auch viel zu selten. Wir schauen uns heute an, wie überhaupt ein richtiger Winter zustande kommt. Was muss passieren, damit der Winter kalt wird? Und damit ein herzliches Willkommen zum zweiten Video auf diesem Kanal. Ihr seht vielleicht schon, es hat mich ein bisschen was verändert hier. Ich habe eine andere Facecam, ich habe sie ein bisschen runder gemacht. MS-Hintergrundbild sogar auch. Und wir schauen uns ein bisschen die Wettermodelle wieder an. Also heute so ein kleines Grundlagenvideo, kein aktuelles Video zu irgendwelchen aktuellen Krams. Sondern heute geht es wirklich teilweise um Grundlagen, was passieren muss, um in Deutschland Winterwetter zu bekommen. Wir picken uns mal so zwei, drei, vier Punkte raus, die wirklich wichtig sind und am Ende auch entscheidend sind, was passieren muss, eben damit es hier schneit, ist ja immer so die Sache. Also Schnee ist ja sowieso immer Glück aufgrund der Tiefdrucklage. Wo ist hier jetzt gerade ein Tief, wo gräbt sich irgendwas rein? Aber es geht vor allem auch primär darum, dass die Chancen erhöht werden. Es geht nicht darum, dass wenn das so ist, es zwangsläufig Winterwetter geben muss, so einfach ist das Wetter leider dann doch nicht. Es geht einfach darum, wie erhöht sich die Chance am besten. Ich habe meinen Mauszeiger mitgebracht. Hier ist der Mauszeiger, weil ich kann ja jetzt hier schlecht, wenn ich was zeige, dann seht ihr das nicht. Also versuche ich das mit der Maus ein bisschen zu machen. Und ja, dementsprechend seht ihr die Maus ab und zu mal, um das eben ordentlich zu zeigen. So, wir fangen an mit dem ersten Bild. Da habe ich was mitgebracht aus der Wetterzentrale, wieder ein Bild aus dem Archiv. Ja, wir schauen uns mal etwas an. Ich habe nämlich gedacht, okay, wie sah es denn eigentlich aus am 20. Dezember 2010? Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch. Ich erinnere mich wirklich ganz dunkel. Ich war da ja noch klein und ein kleines Kind. Aber das war ein Dezember. Da lag hier und ich wohne im tiefsten Flachland Schnee en masse. Von früh bis spät, von morgens bis abends, vom Anfang des Monats bis Ende, selbst über Weihnachten, lag Schnee. Also eine perfekte Lage. Und wie ist sie zustande gekommen? Das schauen wir uns hier an. Wir sehen wieder, Deutschland eingezeichnet jetzt tatsächlich mal. Ich habe mich ein bisschen bemüht und habe gehört, dass ich vielleicht noch ein bisschen kleinschrittiger vorgehen muss, soll. Mache ich jetzt hier und dementsprechend seht ihr hier Deutschland eingekreist. Wir werden in nächster Zukunft eventuell immer so eine Videoreihe starten, wo ich Tutorials machen möchte. Also quasi Videos zu Grundlagenthemen. Also wenn ihr gar nicht wisst, weil ich kann jetzt ja nicht immer sagen, was ist hier ein Tief, was ist ein Hoch, was ist das überhaupt? Das kann ich jetzt hier nicht sagen, das wird den Rahmen sprengen. Deswegen mache ich ein eigenes Video oder eine eigene Videoreihe mit Tutorials, wie zum Beispiel, was ist ein Hoch, was ist ein Tief, was ist der Polarwirbel, den wir auch noch angucken werden und so weiter und so fort. Also wenn ihr Ideen habt oder Wünsche habt, viel besser, Wünsche, schreibt es in die Kommentare, ich werde mich daran orientieren und vielleicht kommt euer Wunsch dann auch in den nächsten Videos mit vor. Dann gehen wir jetzt zu der Karte vom 20. Dezember 2010. Und da ist es ganz klar. Also wir sehen es hier, ich habe es eingezeichnet, eins, zwei, drei Tiefs an einer Kette quasi. Also über Europa und über Großbritannien und auch auf dem Atlantik, da liegen so eine Dreierperlenkette an Tiefs und die rutschen immer nach Osten eben ab, bringen somit perfekt Schnee. Also wir gucken uns eigentlich nochmal die Karte an mit den Luftmassentemperaturen von einer anderen Karte, aber auch hier waren sie sehr, sehr niedrig. Also das ist auch immer so ein Ding. Wenn man eine Minus 10er Luftmasse erwartet oder darunter, die eben für Dauerfrost bis ins Flachland reicht, dann ist es nicht unbedingt immer mit Schnee verbunden oder gut für Schnee. Es sollte eigentlich eine so eine leichte Luftmassengrenze entstehen mit einem Tief gekoppelt, dann schneit es und danach kommt der Dauerfrost und danach kommt die Minus 10er Isotherme. Dann kann es richtig, richtig kalt werden. Was sehen wir noch? Ganz klar das riesen fette Hoch, was sich da eingegraben hat und umgerundet ist im Polarwirbel quasi drin. Im Jetstream ist es drin und das ist oben hier Richtung Grönland der Fall. Eine Vorzeigewinterlage quasi, also wenn ein Hoch sich bei Grönland da oben einnistet, dann ist eigentlich der Winter nicht gesichert, aber er ist zumindest sehr wahrscheinlich. Das muss man mal an der Stelle sagen. Ich habe noch ein zweites Beispiel mitgebracht und zwar ist das, achso, da sieht man nochmal, hier habe ich es eingezeichnet. Da kommt die Luft, die kalte Luft aus Nordosten, das wäre eine klassische Winterlage. Auch eine klassische Winterlage und die sogar noch extremer wäre und war, ist gar nicht so lange her und zwar der 28. Februar 2018. Da sind wir fast schon im kalendarischen Frühling angelangt, am 1. März. Aber auch hier sehen wir, und das ist ja unbeschreiblich fast, wenn ihr gleich die Luftmassenkarte seht, dann fallt ihr vom Hocker. Also wenn ihr das nicht mehr wisst, das war ein unfassbares Ereignis im Februar. Der Winter war viel zu warm, aber das Ereignis dann Richtung Februar und auch Richtung März hat die Skalen gesprengt und wir hatten einen zu kalten Februar und auch vor allem einen zu kalten März. Weil da gab es die Wiederholung der Wetterlage nochmal, also wir hatten zweimal diese Karte und das ist schon krass. Also hier sieht man ganz klar und ganz, ganz verbreitet dieses Hochdruckgebiet über Island bis hin nach Skandinavien. Habe ich ja gestern gesagt im Video oder im ersten Video halt, eine High-Over-Low-Lage, hier sieht man es ganz gut. Hier ist ein Hoch und da ist ein Tief, also es ist eine klassische High-Over-Low-Lage. Also mit einer nordöstlichen Strömung, das reicht für Schnee und Dauerfrost, selbst am 28. Februar in ganz Deutschland. Das war krass, das weiß ich noch vor allem. Jetzt guckt auf die Luftmassen, Wahnsinn, da sind unter minus 20 Grad im Norden von Deutschland unterwegs. Das ist ja Wahnsinn in 1500 Metern Höhe, das weiß ich auch noch hier bei mir im Norden. Da hatte ich morgens um, ja lass mich lügen, 6 Uhr früh minus 20 Grad am Boden gemessen. Also das ist schon. Und dann gab es noch den Lake-Effekt bei uns. Das war also Winter pur auf jeden Fall und das kann es nur geben durch ein Major-Warming. So und wir kommen direkt zum nächsten Thema, der Polarwirbel. Auch das erkläre ich in einem separaten Video, was ist überhaupt ein Major-Warming. Aber kurze Erklärung, das hier ist der Polarwirbel. Und der Polarwirbel ist quasi einfach nur der Luftmassenkreisel, der Kaltluftkreisel in ganz, 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 ganz vielen Kilometern Höhe. Ich glaube 50 Kilometer Höhe, wenn ich mich nicht allzu täusche. Und da sieht man schon hier, das ist übrigens die aktuelle Situation vom 6. November 2022, wie sie prognostiziert wird, also in gut zwei Wochen. Und dort sehen wir jetzt einen Kreis von minus 72 Grad. Der geht noch weiter runter im Laufe des Winters, so auf minus 84 ungefähr. Und das ist dann sozusagen wirklich der kälteste Punkt an dem, was gemessen wird. So, man sieht auch hier wieder Deutschland eingezeichnet. Und ja, das ist also quasi nicht groß aussagekräftig. Der Polarwirbel ist hier intakt, stabil, wird nicht bedrängt von irgendwas. Außenrum sieht man hier gerade rechts die minus 36er vielleicht. Okay, aber auch das ist noch verhältnismäßig kühl. Es kann aber auch anders kommen und zwar zu einem sogenannten Warming. Einen plötzlichen Stratosphärenerwärmungstrend Richtung 50 Kilometer in Höhe. Und dann sieht das Ganze nämlich nicht mehr so aus, sondern so. Und das nennt man dann, wenn alles passt, die ganzen Randfaktoren passen und sogar eine Windumkehr stattfindet in großer Höhe, also in dieser Höhe, ein Major Warming. Das ist die Karte vom 3. Januar 2013. Und da sieht man ganz klar, was passiert, wenn der Polarwirbel richtig einen auf den Deckel kriegt. Hier sieht man sogar hier im Kern minus 84 Grad hat der Polarwirbel. Und hier rechts sieht man einen Temperatursprung von bis zu 4 Grad plus. Oder sogar noch mehr, bin ich mir nicht ganz sicher. 8, 12, 8, 12 sogar, 12 Grad sogar plus. Also das ist Wahnsinn, das ist ein Temperatursprung von um die 90 Grad. Also das ist einfach ein Vorzeige-Major Warming. Und ja, wir hatten gerade die erste Karte aus dem Dezember 2012 und eben aus dem Februar 2018. Aber hier kann ich euch sagen, gab es auch nachher relativ spät, aber auch Richtung Ende Februar und vor allem auch wieder der März. Die waren so unfassbar kalt und von Lagen geprägt, die nur durch ein Major Warming hätten entstehen können. Also das ist wieder klar. Das ist einfach wichtig für unseren Winter, dass das passiert. Ansonsten können wir den Winter, ich würde nicht sagen abschreiten, aber das erhöht zumindest die Chancen extrem auf ein Winterwetter, was wir uns alle mal wieder wünschen. Wir gehen rüber zu einem Index, der auch sehr wichtig ist. Also der AO-Index ist nichts anderes als der Polarwebbel, die Situation des Polarwebbels. Und der NAO-Index ist die Situation auf dem Nordatlantik. Also die nordatlantische Oszillation heißt es eigentlich nur. Das heißt also, wie befinden sich die Druckgebilde auf dem Nordatlantik? Also meistens gemessen auch Richtung Island. Ganz einfach gesagt, wenn der NAO-Index negativ ist. Dann befindet sich meistens eine Hochrichtung Nordatlantik, Richtung Island, Richtung Grönland. Also da kann man schon vor uns gehen. Es muss eigentlich negativ sein, damit wir Winter kriegen. Genauso aber auch im AO-Index. Was bedeutet das? Wenn da quasi der AO-Index negativ ist, dann bedeutet das nichts anderes, als dass der Polarwebbel instabil ist. Und wir gehen nochmal zurück, dann sieht es nämlich so aus. Und dann rauscht der richtig nach unten. Und wenn er im positiven Bereich ist, wie aktuell, dann ist er stabil und hat eigentlich nicht viel mit Winter zu tun. Und da kann nicht viel passieren. Da sieht man schon, es muss also, wie eben schon gesagt, beides nach unten gehen, damit überhaupt die Chance auf Winterwetter bestünde. Eins habe ich noch für euch mitgebracht. Und das ist die Schneedecke. Und zwar in Eurasien, also im eurasischen Raum, heißt nichts anderes, als die Schneedecke rund um Sibirien. Das ist wichtig, weil dort sich eben, wenn die Kaltluftproduktion in Sibirien startet, wird dieses Kontinentalhoch, was über Russland ist, deutlich ausgeprägter. Und produziert natürlich selbst auch die Kälte. Das heißt, am Ende, wir kriegen die Kälte auch zu spüren. Durch sogenannte Ostlagen, Nordostlagen, das quasi einfach mal ein Arctic Outbreak. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, Arctic Outbreak ist einfach ein Ausbrechen der Luftmassen. Der arktischen Luftmassen Richtung Mitteleuropa oder Richtung eine Region eben, die nicht in der Arktis spielt. Und das kann eben hieran auch gemessen werden. Und wir sehen, die rote Linie, das ist das Jahr 2022, jetzt gerade der Oktober, bis zum, ja, bis letzte Woche, nee, bis Anfang dieser Woche. Also man sieht auf jeden Fall ganz klar, dass wir sehr stark angefangen haben. Wir haben mit der, ja, tatsächlich in den letzten 12, 13 Jahren haben wir mit der höchsten Schneedecke angefangen am Anfang des Oktobers, haben aber jetzt sehr stark nachgelassen und sind sogar fast am letzten, am unteren Ende. Also das ist ein bisschen verzwickt, könnte man sagen, weil man, man denkt sich so am Anfang, ja, jetzt geht es richtig los. Da kommt richtig viel Kälte an und jetzt sind wir da. Also mal gucken, wie der restliche Monat wird. Das steht noch in den Sternen, sag ich mal. Und wir können als Fazit zusammenfassen, der Polarwebel sollte gestört sein. Das ist ganz klar, wie gerade schon gesagt. Ansonsten kann es zu Winterepisoden kommen, aber nicht zu extrem kalten Temperaturen und extrem viel Schnee. Das ist eher wirklich Extremwetter, selten und auch ein Polarwebel. By the way, ein Major Warming ist in der Regel alle zwei Jahre auftretbar. Also das tritt alle zwei Jahre auf, hat aber auch nicht immer Wirkung. Man muss bedenken, dieser Wirbel, der da oben stattfindet in 50 Kilometern Höhe, der drückt das alles runter. Das heißt, alles, was passiert in 50 Kilometern Höhe, in Stratosphärenhöhe quasi, das muss erst mal auf die unteren Schichten, also auf die Troposphäre, die bis 10 Kilometer Höhe geht, also wo wir leben, runtergedrückt werden. Das dauert. Das dauert vier bis sechs Wochen ungefähr, bis ein Major Warming zu spüren ist. Und das Problem ist jetzt. Und jetzt werden wir ein bisschen klimatisch an der Stelle oder klimatologisch. Und Treibhausgase, also alle Treibhausgase, die wir aktuell in die Luft pumpen, Methan, CO2, alles, kühlt die Stratosphäre. Also von 10 bis 50 Kilometern Höhe, alles, was da ist, wird gekühlt. Ist also, eigentlich denkt man sich so, ja, okay, klar, Klimaerwärmung gibt es dann irgendwie doch nicht. Ja, doch. Also in der Troposphäre von 0 bis 10 Kilometern Höhe, da wird es eben halt erwärmt. Und nur oben wird es gekühlt. Und das ist eben so ein bisschen auch die verflixte Sache, die wir aktuell haben. Denn wenn ein Major Warming stattfindet oben, dann wird es auf dem Weg nach unten so weit gekühlt, dass es unten am Boden fast gar keine Auswirkungen mehr hat. Und das haben wir jetzt oft erlebt, 2021 hatten wir im Januar oder sogar, also 2020 im Dezember und jetzt dann halt der darauffolgende Januar 2021, da hatten wir ein Major Warming. Es hatte aber keine Auswirkungen. Es war ein unfassbar frühes Warming und es war ein unfassbar starkes Warming. Und es hatte keine Auswirkungen, trotz den besten Bedingungen, einfach wahrscheinlich, weil, das ist nicht ganz bewiesen, aber weil die Luftmasse eben doch runtergekühlt wurde. Also das Warming in Shadows Fernhöhe wurde runtergekühlt und hatte deswegen keine Auswirkungen mehr am Boden. Das dazu. Und weiter festhalten kann man, die NAO sollte auch negativ sein, wie gerade beschrieben. Schneedecke in Sibirien sollte sich früh ausdehnen und nicht nur früh ausdehnen, sondern doll ausdehnen und früh ausdehnen, wie es gerade leider nicht passiert. Und dann habe ich noch was rausgesucht, da habe ich keine Grafik für, aber es gibt das Sonnenfleckenminimum. Alle elf Jahre circa passiert das, da hat die Sonne am wenigsten Kraft und hat am wenigsten Flecken sozusagen, die sie eben, oder am wenigsten Wärme, die sie aktiv ausstrahlt. Somit ist dort die Chance auf kalte Winter am meisten, am höchsten. Das sieht man auch immer wieder zwischen 2009 und 2013 gab es eben die kalten Winter. Da war eben das Sonnenfleckenminimum und jetzt auch zwischen 2018 und jetzt bis 2022, 2023 ist eben auch das Sonnenfleckenminimum. Aktuell sind wir aber wieder auf dem Aufwärtstrend. Das heißt, das hat also nicht mehr so viel Wirkung, aber dieser Winter wird der letzte sein, wo wir noch so ansatzweise etwas davon abkriegen könnten. Genauso wie von La Nina ist auch ein weiterer Faktor, habt ihr auch schon mal gehört, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Aber auch das ist jetzt die letzte Chance, weil ab Januar wird es wahrscheinlich wieder Richtung El Niño gehen, also in die positive Richtung. Also wir haben gesehen, die Wetterlage muss so und so sein, damit das und das passiert. Wie sieht sie denn aktuell aus? Ja, das ist die Karte. Das ist der Lauf von Freitagmittag, also von gestern Mittag. Ich habe jetzt einfach mal genommen, nicht den aktuellsten, weil er ändert sich sowieso nicht. Oben rechts seht ihr immer, wie gesagt, das Datum, wofür die Karte aktuell berechnet wird. Für welchen Tag. Und jetzt, ja, ich verarsche euch nicht, ich schummel euch nicht an. Denn die Karte ist nicht irgendwie in 5-Stunden-Schritten oder in 6-Stunden-Schritten aufgenommen, nein, sondern in 3, 4, 5, 6 verschiedenen Tag-Schritten. Also, das hier ist die Karte für Sonntag. Gehen wir einen Schritt weiter. Das ist die Karte für Donnerstag. Das ist die Karte für Montag in einer Woche. Das ist die Karte für Freitag in einer Woche. Und das ist die Karte für Sonntag in einer Woche. Ich gehe sie nochmal zurück. Man könnte denken, es ist ein oder selbe Tag. Nein, es ist leider die Woche, äh, die Wetterlage für 14 Tage. Das ist beängstigend, weil wir kommen aus dieser Südwestlage nicht raus, wie auch schon im letzten Video besprochen. Was machen wir da also? Abwarten und Tee trinken. Es kann sein, dass sich das schlagartig ändert. Das hatten wir im Oktober 2012 genauso. Da war auch Südwest. Und auf einmal hat sie es geändert in einen frühen Kaltlufteinbruch. Aber schon Ende Oktober, by the way. Das passiert jetzt hier nicht. Hier passiert es auch nicht Anfang Oktober. Hier müssen wir auf Mitte Oktober warten, bis sich da überhaupt irgendwas tut. Es wurde in den letzten Tagen zwar gezeigt, dass hier und da mal ein Hoch entstehen könnte. Auch Skandinavien technisch oder auch noch höher im Nordpol rein. Das kann passieren. Aber aktuell wird immer alles nach hinten berechnet. Richtig kalte Läufe gibt es nicht. Hoffnung sehe ich da aktuell leider nicht. Wir sehen uns nachher wieder, beziehungsweise morgen früh wahrscheinlich, werde ich mal ein normales Wettervideo raushäumen in der Wettervorhersage. Und die wird es auch nämlich hier geben. Nicht nur so eine synoptischen Sachen, aber auch das wird es geben. Also genießt das Wetter, wenn man es genießen kann. Es wird jetzt sehr warm. Es kommt ein Warmluftschub nach dem anderen. Und vielleicht geht es dann Richtung zweite November-Dekade, Richtung Mitte November, das erste Mal nach unten. Zumindest mal auf normalem Niveau. Weil aktuell sind wir ja nicht mehr mehr da. Auf normalem Niveau. Also genießt es und wir sehen uns dann bis morgen. Also genießt es und wir sehen uns dann bis morgen.